Ich begrüße euch auf der Folge Xenoblade Chronicles Ich hab mir nochmal Gedanken gemacht zu allem was passiert ist Und wir wissen ja jetzt, Schulk ist ja eigentlich tot Und das macht jetzt, es ergibt jetzt so viel Sinn Weil, wir wissen ja, dass Schulk mal diesen einen Traum hatte Wo gesagt wurde, ähm, dass er nicht mehr hier ist Und wo wir sich wahrscheinlich gedacht haben, er hat selbe was Und jetzt ergibt das Sinn, weil er ja tot war, deswegen ist er nicht mehr hier Und ich frag mich, wer das zu ihm gesagt hat in diesem Traum Entweder war es Alvis oder vielleicht irgendwie sein junges Ich oder so, keine Ahnung Aber, das werden wir bestimmt noch rausfinden Ich bin sehr gespannt, wie die ganze Sache weitergehen wird Aber jetzt muss das mal hier, glaub ich, zu ihm, keine Ahnung Ja, sieht so aus Hattet ihr zu Hause, als hättet ihr es geschafft, nicht wahr Ich danke euch für alles, was ihr für meinen Sohn getan habt Nun, zuallererst sollten wir von ihr verschwinden Können wir jetzt zurück ins Dorf fliegen Na, eigentlich muss ich ja nichts mehr machen Deswegen von mir aus zurück ins Dorf Stubborn mortals So desperate to cling to your pathetic lives Even when there is no hope for you Don't you ever give up Never But hear this, Zanza They will judge me not in life But death Yes Die 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 Schulk, für beide unsere Welt, Sie müssen zufrieden sein, Frau Maynath. Die Mechanez! Die Mechanez! Schau, Starboard! Was ist die Klaue? Die Mechanez! Es ist Talethia! Die Mechanez! Die Mechanez! Dixon! 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 oh gott das muss man gegen ihn kämpfen okay ich weiß es echt nicht was ich irgendwie gerade sagen soll ich bin einfach immer noch nach dem letzten paar ziemlich geschockt was einfach alles passiert das ist einfach so genial inszeniert alles ja man tut einfach mit mir mit mir gerade naja so leid ist einfach war sie irgendwie mit ansehen musste wie der icon ist zerstört wurde also ist der icon ist jetzt scheinbar wirklich komplett kaputt das ist einfach so krass dann bin ich tot lebe dann bin lebe hallo du musst auf monat werden aber toll cool ja bei mir das problem wenn sie einmal anvisiert wird von dem gegner kann ich wieder mit ihr überleben dann ist sie eigentlich so gut wie tot weil sie nimmt halt voll viel schaden sie hat voll wenig leben und nimmt viel schaden ist einfach das problem bei ihr was was sie hat ja same media same wow das hat weh so da geht einer jetzt brand kann das sein ricky ist umgeworfen das ist uncool was hier passiert was passiert ahah ahah you waste of space not so tough without shulky stupid beast You should be grateful Not everyone has a war buddy like me to lead them along Tasted good, didn't they? The victory drinks we used to share I'll kill you What? Who was that? Show yourself Melia, are you alright? Brother Callion Dixon He works for the Bionis He shot Shulk in the back Is this true? Dixon This ends here Your Telethia are no match for our Havrez squadron You cannot win Maybe you should be concentrating on your own people Instead of barking at me Looks like you've forgotten your destiny Right? L'Orathia? L'Orathia? Are you involved in this as well? Your Highness Your naivety is quite charming But it is also your undoing I had much fun playing with you and your father What? What is this light? Ether particles emitted so that the Bionis can be destroyed and reborn What do you get if you cross high concentrations of Ether with high Entia? No No You wouldn't L'Orathia? Awaken Meine Lieblings-Pets! Sie sind... Telethia! Bruder! Melia! Loratheia! Let him go! You misunderstand, child. This is the reason why High Entia are born. Do not blame poor old me. Explain yourself! It's just like she says. The High Entia are a race created by Lord Zanza to eliminate any annoying life forms in the preparation for the rebirth of the Bionis. Their bodies contain a gene that, when the time comes, transforms them into Telethia. It can't be. Say it isn't so. Melia, it is true. That is why you are our only hope. Brother? Whatever. We won't be needing a half-breed like you anyway. I mean, if you don't turn into a Telethia, it just means you're gonna get crushed by one. That's the only thing you're good for. Rise up, pet. Do my bidding. Kill your lovely sister. Brother! Brother! Just hold on! I'll find a way to save you! Melia! So... Sorry! I always... placed... such a... heavy burden on you. Don't say such things, brother! Brother! But... at least I can... still show them... the destiny of our people. The burden meant for you... brings a tear to my eye. These moments are to be treasured. How? Brother! Melia! Father's wish... and the future of the High Entia... are in your hands. yours... and Shulk's! Telethia! Destroy him! Dixon! I got it! Too late! Tamheim! Trigger! Junge! Barnaby! Boah, das Spiel drückt aber am Ende schon ziemlich krass auf die Emotionen, boah, man, was, was, oh Gott, okay, machen wir weiter, oh mein Gott, oh, das tut mir gerade so leid, Melian, oh Mann, aber ich bin echt gespannt, wie es jetzt zweiter geht, mir war von Anfang an klar, dass Laura Fia nix gutes, äh, Schilder führt, aber, dass die einfach alle so, ähm, untereinander verschworen sind, was weiß ich, Gott, weiter geht's, Wo bin ich? Oh, so I'm, What was I doing? What was the purpose of my life? No, Nein, ich habe es falsch gemacht. Ich war niemals alive. Es war Zanzar. All along, ich... Alles, was ich getan habe, war... Willst du sagen, Punktless? That voice... Nobody else can decide that. Only you. Schulk. Hier. McColl machte dir eine wunderbare neue Weapon. Since you lost your Monado, I mean. It uses the latest Machina technology. Use it when you wake up. Then, let's all go on living. We've relocated the Hyentia and the Nopon refugees to Colony 6. Thankfully, the Mekkon did us a favor by fortifying it for us. It should hold out for a while. It's ironic. We want to escape Zanzar, but we can't leave his body, the Bionis. Well, this is our home. Princess, I have to know. Should we be worried about the evacuated Hyentia? I cannot be sure, but I believe not. All those who survived are part Homs like me. Understood. If they ever do transform, I will be among them. If that time comes, you know what to do. Are you sure? Everyone is obliged to accept their fate. No way. There's no way Callion would leave the fate of the Hyentia to you if that was gonna happen. Precisely. And Melian, if we are to survive, we must fight Zanza and the Telethia. It may not be the case with all of them, but a large number of Telethia were once Hyentia. Your subjects and your brethren. I am prepared for that. Even if it means harming my brethren, it is for the protection of the survivors. That is the final wish of my father and brother. I will fight to free the souls stolen by Zanza. You're a fighter, Melia. We will need all your strength in the fight ahead. How's Shulk? He's going to make it. His wound has closed. I think Mayneth used the loss of her power to protect him. So he's okay? Linada is tending to him now. Fiora? He won't wake up. It's like his consciousness has sunk to the bottom of a cold, dark lake. I keep saying his name, but he doesn't respond. Sansa's going to pay for this. What if the Telethia attack? Then we'll have to fight without Shulk. That's why we've strengthened our defenses. That weapon I made should come in handy as well. We're backed into a corner. But we'll give it all we've got. Can your resistance truly achieve anything? What do you mean by that, Alvis? Exactly what I said. We were all born of the Bionis. Of Sansa. It is Sansa's will that the Telethia return us to the body from whence we came. Whether we die of old age or in battle, we all eventually return to the Bionis. We cannot escape this fate. Am I wrong? You've got it backwards, man. Just because he thinks it doesn't make it so. We decide whether to keep living or not. I agree. Even though he's our creator, that doesn't afford him the right to take our lives on a whim. But that is the thinking of a Hons. He is a god. Such morals cannot apply to gods. So you think we should just shut up and die? If that is the fate decided by a god. You are mistaken if you think we will simply accept such a fate and wait to die. We'll never stop fighting. Not till the end. To Sansa, the outcome is the same. Thus your logic is flawed. It ain't the outcome that's important. It's the will to fight back. Even if you die in vain. Alvis! Whose side are you on? You scared or something? Frightened of a few Telethia? Stop this. There's no point fighting amongst ourselves. Fiora? Sorry. I need to go and get some air. Hmm. And I will never see anyone in vain. Have you now. Oh dear! How are you? Du machst dir tatsächlich Sorgen Um Schulk Er ist noch immer bewusstlos Aber sein Zustand ist stabil Beruhige dich Und überlasse alles weitere mir Ja Okay, alles klar Boah, also Hui Also Die Story fährt echt krass auf Was hast du denn? Dallens Ach, wir sind jetzt in Kolonie 6 Ach so Alles klar Blablabla Ja, ist gut Sag einfach, was ich machen muss Meine Güte Ah, das Bestimmt, dass das Gespräch Voll wichtig, interessant Aber Es ist halt Nicht so spannend Gerade Ich will einfach die Story Bei der Feind Ich weiß, ich weiß Annehmen Weil Einfach so So Sehr schön Wie ist jetzt eigentlich die Sache Kann ich mich noch zu Irgendwelchen Gebieten Teleportieren? Also jetzt wahrscheinlich gerade nicht Weil ich jetzt hier Alleine bin Aber Es gibt sogar noch die ganzen Ich denke mal Da werden wir uns kaum Interportieren können Ich meine McConaughey ist komplett Zerstört worden Deswegen denke ich mir Das geht nicht Oder Oder Nee, keine Ahnung Wahrscheinlich eher nicht Und wenn doch wäre es seltsam Ja, Kolonie 6 Habe ich mich noch nicht drum gekümmert Was sollte ich mir machen? Wo muss ich eigentlich hin? Ja Ja, da laufe ich richtig Jetzt werden wahrscheinlich Melia und Fiora ein bisschen Über Schulk reden oder so Keine Ahnung Ich bin gespannt, was jetzt passiert Aber das Das Spiel wird am Ende Echt immer Immer krasser Weil es einfach alles passiert ist Und Boah Die ganzen Cutscenes Waren so gut gemacht Und Es ist echt Genial Ganz ehrlich Oh Fiora Are you alright? Guess I wasn't hiding it well I Didn't want to worry anyone It must be difficult Living with that body I'm getting more and more Used to it Aber die Leute sind immer noch so lustig. Es ist nicht so schlecht. Es fühlt sich ziemlich komfortabel, eigentlich. Ich muss nicht über Essen oder was auch so sein. Ich verstehe. Dieser Körper, die Energie aus dem Komponenten der Komponenten, hat es funktioniert. Es war so ein Monado. Such ein strange Gefühl. Ein Monado? Was ist das Monado, die Zamsa hat aus Mayneth genommen? Ihr Körper hat es nicht funktioniert? Ich werde jetzt gut. Es gibt noch eine Energie geöffnet. Aber dann was? Melia. Wenn ich immer... Bitte, sich das Schorken zu machen. Nicht so sprechen. Wie kannst du mir so etwas fragen? Entschuldigung. Keine 필요er Entschuldigung. Du bist richtig. Danke, Melia. Wenn Schurk erwartet, sagst du ihn? Nein. Er schützt zu viel. Er schützt. Es wie ihn. Er schützt. Ich bin bereits tot. Ich bin seit dem Mechon attack. Fiora. Aber ich bin glücklich. Dieser Körper hat mir die Chance zu leben. Vielleicht habe ich nicht viel Zeit. Aber zumindest kann ich mit Schurk noch ein bisschen länger sein. Du fühlst dich so stark für ihn? Ja. Ja. Das ist das Grund, dass ich weiterführe. Und er helfen ihn in any way I can. Let's get back. Jeder wird anfangen. Ja. Du bist richtig. Und Melia? Kannst du es ein secretes von den anderen? Du willst nicht die Angst. Ich liebe deine Kraft. Vielleicht werde ich ihm sagen. Aber nur wenn die Zeit richtig ist. Ich werde nicht sagen. Ich bin ein Schmerz. Ich bin nichts von ihr. Ich bin ein Schmerz. Fiora, let's hurry back. Okay. Was genau passiert und wieso jetzt eine Sirene ertönt, das werden wir wohl erst im nächsten Part sehen. Bis dann und tschau, euer Viro. Tschüss.